Hallihallo Hallöchen! Willkommen wieder hier bei, ähm, ja, wobei denn überhaupt, ähm, Iso, magst du sagen oder soll ich? Happy Birthday Ausgabe von die Tuna und Rays grüßen! An Dave Daniels'n LP, äh, das Bild bitte nicht falsch versteht, ähm, um zu erklären, ja, ähm, weil ich immer mit dunklen Haaren dargestellt werde, hat, ähm, Iso, das Bild hier so wunderschön rausgesucht, ähm, nach dem Motto, ich, äh, rechts Sharon, links, blond Dave, Bin ich etwas geschockt im Hintergrund, anders kann ich da auch nicht sein, ganz ehrlich, also, was jeder wieder macht Das ist eine Happy Birthday Umarmung, das ist nicht mehr das alles falsch zu interpretieren, ganz einfach Ja, so sieht Dave auch aus auf dem Bild Und, äh, wir wollten eigentlich einfach nur mal euch dazu aufrufen, bei uns auf dem Kanal, dass ihr mal bei Dave auf dem Kanal geht, wir werden es unten in der Videobeschreibung verlinken, wie ihr zu seinem Kanal kommt Und dort vielleicht mal auf eines seiner Videos geht und dort einfach Happy Birthday Dave schreibt Oder eben einfach auf den Kanal, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit für Kanalkommentare bei dem neuen YouTube-Design findet, einfach mal Happy Birthday zu spammt Aber denkt dran, er hat am 10.7. Geburtstag, wer das Video später sieht, schreibt bitte nachträglich Genau, also, ähm, das sollte ja kein Problem sein, um, ich fände das echt cool von euch, ich fände das echt klasse, das wäre wirklich super Ich würde mich drüber freuen Das wäre spitze Ähm, ja, auf jeden Fall Und wir haben uns jetzt gedacht, ähm, wir singen noch einmal Happy Birthday für Dave, ähm, so, also, wer nicht ein Ohrenkrebs sterben will, muss jetzt mal ganz schnell abschalten oder sich irgendwie im Bunker retten Moment Okay, Moment Ich bin erkältet, das ist mit dem Singen so eine Sache, ich muss mich kurz vorbereiten Oh Gott, das erste Mal, als ich auf YouTube singe, oh Gott Ich kann nicht singen, also ist doch vollkommen egal Ich war nur sechs Jahre im Chor, ich kann auch nicht singen Gut, also, Isuna wird eh die Lightstimme singen, ich mach sie bei mir extra laut Du Arsch Nein, wir machen das schon gemeinsam, ne Also, ähm, auf drei Auf drei Okay Mimimimimmini Drei Eins, zwei, drei Happy Birthday Arsch je Du musst dir jetzt sein, Lacher für Dave. So, nee, jetzt aber wirklich. Okay, eins, zwei, drei. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Dave. Happy birthday to you. Alter, wo warst du? Ich hab gesungen, du. Ja, aber happy. Ja, das Problem war, du hast später angefangen und ich hab versucht, mit dir zusammen zu singen. Also Synchro. Du kannst zweistimmig singen, sowas funktioniert nicht. Ja, Dave, das war dein Lied, dein Lacher. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Töne ich getroffen habe oder nicht. Das klang bei dir wunderbar, du. Das glaub mir also. Ich bin da immer nie so sicher. Das klang gerade so, als würdest du vielleicht einen Kanon mit mir anstimmen wollen. Also ich hab ja extra gewartet, weil ich hab Happy birthday gesungen und da kam halt nichts von dir erstmal. Mal. Bitte entschuldige, wir sind hier in der Skype-Confi, das läuft etwas verzögert. Ein wenig. Egal. So, was zum Lachen gewesen? Ich hab gesungen, Ray hat zugehört. Ich hab auch gesungen. Es versucht. Ist okay. Happy birthday, Dave. Immer werd ich von dir gemobbt. Also Happy birthday, Dave. Vergiss nicht, die Kommentare bei Dave zu schreiben. Also auf Wiedersehen. Bye, bye. Und tschüss von mir. Und von mir. Und von Iso. Also bye, bye. Ciao.